ARD Text im Auftrag von Funk Get up! Die Mutter aller Ziele hatte ich vorher, also aller Bugs Und jetzt muss ich genau, Symbionten da oben, der ist so eine Art Zunge, das ist ja widerlich Das hängt da oben so an so einem, ja ich würde fast sagen so einer Nabelschnur Und auf den müssen wir jetzt gerade drauf schießen, dass das Oberviech da geplättet wird Ich habe ja die kleinen Questen jetzt gerade erspart Ich mache jetzt hier einfach nur mal da unter den Achseln, da muss auch noch ein bisschen Deo Laurent reingespult werden, so hier noch ein bisschen Deo Laurent in Kugelform Gleich ist der Arm ab Ahaha, oder ich wenn es so weiter geht Wo kommt die denn her? Boah, halt die Fresse, Alte, die geht mir so auf den Sack Erstmal total schlechte Synchronisation und zweitens mal wiederholst immer alles, halt die Klappe, Ego Ist mir egal Ich fußte jetzt hier die Fusteln, ey Ich schieße die Fusteln Fest drauf, fest drauf Mache den Symbionten da oben platt Mein Gott Das ist bestimmt eure Mutter hier, oder? Mit der eigenen Umlaufbahn Zack Jetzt da oben, jetzt hat er sich versteckt Die kleine Drecksau Ja, was schießt denn da hinten auf mich? Ach, Raiders sind auch noch hier Sag mir, das ist denn keiner Ist ja echt alles am Start Okay, das hat noch Noch zwei Ärmchen Alter, immer schön das Deodorant hier runterschmieren Da wo es gelb ist Ist nämlich immer der Sweet Spot Der sogenannte Gutverwutbarkeitspunkt Und den regeln wir jetzt mal ganz alleine hier runter So lange nichts auf mich schießt irgendwo Ja, schießt auch den Symbionten Tut das, tut es, tut es Na gut, ich schieße mit, komm Da ist er Immer schön auf die eklige Male mit Flügeln Und zu viele Zähnen Ist mir doch egal Das schaffen meine Kumpel hier schon überall Das ist das Schöne daran An diesem Event kann wirklich jeder daran teilnehmen Wie Rifts eben in Rift Oder Aua In Terra Der Nexus Oder was hat er noch alles Guild Wars 2 ist ja eh alles Public Encounter mäßig Mh, lecker, lecker Oh, oh, oh Die mochten das nicht Spielt mit dem Granatenstückchen hier Das Dumme ist natürlich Je mehr Mitspieler hier sind Je heftiger werden Die Drecksvieh halt auch Äh, warte, sind wir auch nicht irgendwo frei? Und was ist das denn da hinten? Ah, 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 ah Ein gepanzerter Raider Der ist natürlich auch ganz schön dick Hier, ich muss sagen Bis jetzt gefällt mir das Ah, ah, ah Direkt vor mir rausgekommen Noch am besten Hier gibt es nicht ganz schön viel zu ballern Und ganz schön viel zu beteiligen Nur auf Dauer ist das natürlich trotzdem Immer das Gleiche Oder dasselbe Wie man es möchte Zack, da war er weg Den Elite kriegen wir hier Machen wir noch kurz weg Uh, da ist noch ein Raider hier Jetzt was mit dem Symbionten Wo ist der Symbiont? Muss man jetzt hier nur den Kleinkram noch wegräumen Oder was? Schön ist auch Hier können wir direkt Die Entzündung das Licht der Gefallenen anmachen Okay, machen wir mal direkt Jetzt kommen Unterstützer Oder wie sieht es aus? Was ist wo los? Oh, Viecher Ganz viele Was Großes Jetzt ist es kaputt Hm Da ist auch noch ein kleiner Den machen wir mal kurz weg Zack Nachschub Immer kräftig Nachschub Für die Ballerfreudigen hier In Defiance Festet drauf Da geht noch was Man macht ja sonst diesen ganzen Tag Außer rumzubattern Aber matschig So, ach da sind wir und ist frei Sag mir das doch Ich habe so eine blöde Halbautomatik Also Semiautomatik Das heißt ich muss die ganze Zeit feuern Mit der Maus Da brennt schon der ganze Mausfinger ab Vielleicht lasse ich hier so eine Brandspur Auf meiner Mausmatte Bist du ein ekliges Fähig Auf meinen Tisch kommst du aber nicht Weil ich mir nicht vorstellen möchte Was die Erde der heutigen Zeit Also hier im Spiel So auf den Tisch gesetzt bekommt Bei der ganzen Terraformten Erde Au Aber ist noch gar keine Kralle mehr Ist irgendwas rausgekommen wahrscheinlich Hier Kleine Granate Symbiont noch ein bisschen Dann haben wir gleich Platz Dann platzt das Ding wahrscheinlich aus allen Nähten Und es spuckt sich richtig tot Es rülpst Es hat zu viel Sprudel getrunken Ja oder zu viel getrunken allgemein Denkt dran Kinder Nicht zu viel trinken Denn ansonsten endet ihr so Papa Mike hat es wieder geschafft Mithilfe von einem oder zwei anderen Hm drei Schlüssel Ist nicht wirklich viel Yeah baby yeah Rang 1 vom Schaden ey I rock Muss mir auch mal gesagt haben Gut es gibt eine Splittergranate Die ich verkaufen kann Noch eine Splittergranate Die ich verkaufen kann Spannend Ist sieht anders aus Jut Jungs Und das war wieder mal Eines der öffentlichen Gefechten Und ich hab mit ein Levelchen gemacht Hervorragend Zehn Schritte nach oben Wunderbar Bis demnächst in Defiance Der Mad Mike sagt Roger Naut